So, nachdem mein Handy jetzt zu heiß gelaufen war und die Aufnahme echt überhaupt nicht gespeichert hatte, mache ich die Ganze nochmal. Und zwar hatte ich eigentlich was gerade Lustiges für euch zwischendurch. Ja, ich habe nämlich heute meine neuen Kontaktlinzen bekommen und wollte die gleich ausprobieren. Aber ich war Bewegungselfmeter. Ich habe die rausgenommen aus der Packung, wollte die einsetzen und schwupp fiel es mir natürlich ins Waschbecken. Und habe noch so gut gezielt, dass es auch gleich in den Abfluss landete. War ja jetzt nur auch das Auge, was schlechter ist. Klar. Somit habe ich jetzt nur eine Seite drin. Und das fühlt sich natürlich jetzt etwas seltsam an. Einseitig. Ja. Aber, sorry, muss nach Westen wieder gucken. Aber, da ihr ja sowieso auch gefragt habt, ob ich Farblinsen drin habe, nein, habe ich nicht. Wenn meine Augenfarben teilweise auf Bildern unterschiedlich wirken und aussehen, das ist schon korrekt. Weil ich habe grünbraune Augen, die aber je nach Emotion und auch Sonnenlicht variieren. Also mal sind sie wirklich richtig braun und mal richtig extrem grün. Tja, und zu denen habe ich ja auch noch den Farbrand. Von daher wirken meine Augen sowieso mal ganz anders. Also, ich hoffe damit auch diese Frage gleich geklärt und erklärt zu haben. Wie gesagt, wenn ich mal Farblinsen drin habe, dann Stahlblau. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen, naja, sonnig nicht gerade, aber schwülen Tag. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Und ich mache mal aus, weil mein Handy ist eh schon wieder überhetzt. Bye, bye. Vielen Dank.